Moin Moin und herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir mal etwas kreativer werden mit GIMP und wollen aus diesem Foto dieses erstellen. Also los geht's. Ich habe das Bild hier schon mal in GIMP geöffnet und zwar liegt das im TIFF Format vor und für alle die es interessiert. Ich nutze die aktuelle Version von GIMP 2.10.32 und um den Effekt zu erzielen müssen wir jetzt vier Schritte eigentlich nur machen. Zum ersten müssen wir das Objekt hier freilegen und auf eine eigene Ebene bringen. Dann müssen wir auf der Hintergrund-Ebene das Objekt entfernen, dann die Hintergrund-Ebene weichzeichnen und noch ein bisschen die Farben anpassen, damit das nicht so trist wirkt, sondern ein bisschen peppiger, damit das Ganze auch ein bisschen hervorkommt am Ende. Also wie fangen wir an? Wir wollen das Objekt hier freistellen und dafür können wir hier oben links in der Ecke bei dem Werkzeugkasten bei dem Lasso Rechtsklick drauf klicken und haben dann hier die Vordergrund-Auswahl. Damit können wir jetzt um das Objekt herummalen und dann noch mal sagen, was in dem Vordergrund drin sein soll und GIMP berechnet dann ungefähr automatisch unser Objekt und stellt das frei oder macht eine Auswahl drumherum. Erstmal würde ich ein bisschen rein zoomen, das kann man mit Steuerung und dem Scrollrad und wenn man die Leertaste gedrückt hält, dann kann man das Bild verschieben, sodass wir unser Objekt relativ mittig haben. Jetzt habe ich hier oben das Werkzeug ausgewählt und fange einfach an, nah um den Vogel herumzumalen. Das muss nicht perfekt sein, einfach, dass das Objekt umschlossen wird. Das Ganze bestätigt man mit der Enter-Taste und dann bekommt man hier so ein schönes buntes Bild. Das Dunkelblaue ist der Hintergrund, das Hellblaue ist jetzt der Vordergrund und jetzt sieht man hier schon, dass man einen Pinsel hat, der Kreis. Jetzt kann ich noch mal GIMP sagen, was auf jeden Fall in den Vordergrund soll. Links an der Seite kann man die Pinselbreite bestimmen. Ich lasse sie jetzt mal relativ groß und male hier mal in dem Objekt ein bisschen rum. Wenn man die Maus loslässt, dann sieht man, dass die Farbe wiederkommt. Das nimmt GIMP dann auf jeden Fall in den Vordergrund oder in die Auswahl mit rein. Und so würde ich jetzt einmal den Vogel hier oder die Möwe grob ausmalen. Dann den Pinsel ein bisschen kleiner machen, sodass man hier auch in die kleineren Ecken kommt. Muss nicht perfekt sein. So und jetzt kann man hier oben in dieser Box, die aufgetaucht ist, auf auswählen klicken. Das dauert dann einen kleinen Moment. Und jetzt haben wir eine relativ gute Auswahl von diesem Vogel. Wenn das nicht ganz perfekt ist, nicht so schlimm, dann könnte das jetzt noch anpassen. Für mich reicht das jetzt erstmal. Jetzt kopiere ich mir diese Auswahl mit STRG-C und drücke einmal STRG-V zum einfügen und ich bekomme hier eine neue schwebende Auswahl. Daraus möchte ich jetzt eine Ebene machen, deswegen klicke ich hier mit Rechtsklick drauf und sage zur neuen Ebene. Und wenn ich jetzt den Hintergrund hier ausblende, dann sehe ich nur noch die Möwe auf dieser neuen Ebene. Mit der wollen wir jetzt aber gar nicht arbeiten. Deswegen lasse ich mir den Hintergrund mal wieder anzeigen und blende die neue eingefügte Ebene aus. Und scroll mal wieder raus. Verschiebe das Bild wieder mittig. Und was wir jetzt machen wollen, ist aus dem Hintergrund diese Möwe rauskriegen. Und das können wir machen mit dem Heilungstool. Wir haben hier oben wieder im Werkzeugkasten diesen Stempel. Da steht auf Klon bei mir. Und hier kann man heilen machen. Dann hat man hier wieder einen Pinsel, mit dem man jetzt die Größe hier links bestimmen kann. Immer etwas größer. Jetzt kann man hier, wenn man STRG gedrückt lässt, einen Punkt auswählen, der als Referenzpunkt genutzt wird. Gehe mal hier hin, nehme dann diesen Punkt als Referenz und jetzt kann ich über die Möwe rübermalen. Hier nochmal die ausblenden. Das Ganze muss natürlich wieder nicht perfekt sein. Das Berechnen dauert immer, je nach Ressourcen, die man in seinem PC hat ein bisschen. Man kann nochmal STRG klicken und einen anderen Referenzpunkt nochmal nehmen und nochmal drüber gehen, sodass das ein bisschen besser wird. Und die Punkte, die einem nicht gefallen, nochmal rausnehmen. Da wir das Bild am Ende eh weichzeichnen, ist es gar nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht perfekt ist. Für mich reicht das jetzt so. Man sieht die Möwe nicht mehr. Und der Hintergrund sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Filter, den wir anwenden wollen, damit der Hintergrund halt ein bisschen weich gezeichneter, verschwommener aussieht. Finden wir hier unter Filter und zwar Weichzeichnen. Da gibt es verschiedene, da kann man mal mit rumprobieren. Ich finde am besten Bewegungsunschärfe linear, denn da wird an einer Linie die Bewegungsunschärfe gezeichnet. Wähle ich mal aus, dann kommen wir hier in ein neues Fenster. Ich meine in die Mitte. Und jetzt kann man hier die Linie bestimmen, die Länge, den Winkel. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel sagen, so eine Länge maximal und ich möchte hier einen Winkel von 0. Und wenn ich jetzt OK drücke, dann dauert das wieder einen kleinen Moment, weil es berechnet wird. Aber dann wird der Hintergrund oder das Bild weich gezeichnet. Und damit haben wir den Effekt, den wir haben wollen. So, die Berechnung ist abgeschlossen. Jetzt haben wir hier unseren weich gezeichneten Hintergrund und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Nur die Farbe, die finde ich noch gar nicht so gut. Ich kann hier nochmal die Möwe einblenden. Dann sieht das so aus, als hätte man so einen Mitz hier gemacht. Finde ich ganz interessant den Effekt. Aber wie gesagt, die Farbe finde ich noch gar nicht so schön. Deswegen, ich wähle hier nochmal das Hintergrundbild jetzt aus und jetzt wollen wir die Farben ein bisschen bearbeiten. Das machen wir oben über den Reiter Farben und erst einmal würde ich die Farbtemperatur ändern und hierüber können wir jetzt halt die Farbtemperatur einstellen, wie man das zum Beispiel auch aus Darktable kennt. Ich würde das Ganze hier ein bisschen kühler machen. Deswegen ziehe ich den Slider für die Temperatur nach links, damit es bläulicher wird. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Das hat mehr so diesen Wasserlook oder Himmellook. Und was ich auf jeden Fall auch machen möchte, ist ein bisschen mehr Kontrast reinbringen. Deswegen erhöhe ich hier den Kontrast. Gehe aber gleichzeitig mit der Helligkeit ein bisschen zurück, damit es wieder dunkelbläulicher wird. Um das noch zu verschärfen, würde ich noch ein bisschen die Sättigung anheben. Und eigentlich gefällt mir das so ganz gut. Gucken wir mal, was wir noch machen könnten. Können hier nochmal mit den Glanzlichtern arbeiten. Eventuell die Highlights ein bisschen runternehmen. Vielleicht die Schatten auch nochmal. So gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Da kann man natürlich rumspielen, wie man möchte. Hier kann man künstlerisch aktiv werden. Je nachdem, was man da gerne haben möchte, kann man hier mit den Farben wirklich rumspielen, bis einem das Bild so gefällt, wie man es haben möchte. Wenn wir jetzt nochmal die Möwe einblenden, dann sieht das meiner Meinung nach schon viel besser aus. Was mich ein bisschen stört, ist halt dieser Übergang der Möwe. Der ist jetzt sehr scharf. Der Hintergrund ist weich gezeichnet. Das sieht auch sehr reinkopiert aus. Deswegen würde ich das jetzt nochmal ein bisschen bearbeiten. Ich gehe hier nochmal auf das Möwenbild. Würde hier mit Steuerung und Scrollrad nochmal reinzoomen, dann sehen wir das ganz gut. Ich verschiebe das nochmal in die Mitte. Was ich jetzt meine, ist hier der Übergang zwischen der Möwe und dem Hintergrund. Der ist sehr hart. Das sieht sehr reinkopiert aus. Das möchte ich jetzt ein bisschen ändern, indem ich den Übergang nochmal ein wenig weichzeichne. Das kann man hier oben in der Vektorkiste, wenn man hier diesen Fingerpointer, das ist verschmieren. Wenn man da mit einem Rechtsklick draufklickt, dann kriegt man hier weichzeichnen. Hier kann man wieder die Größe des Pinsels einstellen. Ich nehme jetzt mal hier ein bisschen kleineren Pinsel ungefähr und gehe jetzt hier wirklich nur an dem Rand lang und zeichne das ein bisschen weich und gehe einmal um die Möwe herum, damit dieser Übergang nicht mehr ganz so hart ist. So, das finde ich schon viel besser. Jetzt sehen wir hier vorne an der Möwe noch, dass wir hier so ein Überbleibsel vom Hintergrund haben. Das finde ich auch nicht so schön. Deswegen würde ich hier nochmal eine Maske einfügen und zwar eine weiße mit voller Deckkraft. Füge ich mal hinzu und hier drinnen können wir jetzt nochmal malen. Ich habe hier oben schon die Farbe auf schwarz und weiß eingestellt. Das kann man hier mit vertauschen. Steht normalerweise standardmäßig auf weiß und schwarz. Wenn ich jetzt mit schwarz darüber male, dann verdeckt das das. Ich kann hier auf den Pinsel gehen, kann hier wieder die Pinselgröße einstellen und jetzt kann ich hier auf meiner weißen Ebene nochmal malen und kann das somit verdecken, so dass das da nicht mehr angezeigt wird. Da könnte man jetzt noch weiter reinzoomen, um das ganz perfekt zu machen. Ich würde das mal so lassen. Vielleicht hier oben nochmal ein bisschen und hier unten nochmal. Da wo halt die Auswahl nicht ganz perfekt war. Aber ich denke, so passt das schon ganz gut. Was man jetzt noch machen könnte, wenn man hier die Möbel wieder auswählt, dann könnte hier nochmal in die Farben gehen, hier vielleicht nachschärfen oder die Belichtung nochmal ändern, falls die Möbel in einem anderen Licht dargestellt werden soll, weil die jetzt ja auch relativ hell ist. Vielleicht hier nochmal mit der Farbtemperatur rumspielen und man die nochmal ein bisschen dunkler macht oder ein bisschen bläulicher macht, damit die einfach besser in den Hintergrund passt. Ich würde jetzt nochmal raus scrollen. So, und ich finde, so gefällt mir das eigentlich ganz gut. So könnte ich das jetzt exportieren. Wir haben den Hintergrund schön weich gezeichnet. Ein bisschen so den Look von wegen, als hätten wir so einen Mitzieher gemacht. Und wenn wir uns jetzt das Feuerbild nochmal angucken, das war das, was wir vorher hatten. Ziemlich unruhig. Hier hätte man natürlich auch noch was machen können mit einer Vignette oder so. Aber ich finde, so gefällt mir das Bild ganz gut. Und mit dieser einfachen Technik, ich bin jetzt auch nicht so der GIMP-Profi, aber für solche einfachen Sachen reicht es dann noch, kann man schon coole Sachen machen. Ich habe hier mal noch ein anderes, Bild vorbereitet. Wenn ich mal hier weitergehe, hatte ich das hier in Dänemark am Strand. Und sowas eignet sich halt auch perfekt, weil man eine Person hat, die so im Vordergrund ist. Da kann man auch so ein Mitzieher-Effekt ganz gut machen. Da habe ich jetzt das draus gemacht. Nochmal in 16 zu 9 ein bisschen reingeschnitten, so dass das besser rüberkommt. Hier musste man nochmal eine Kopie von der Person machen, dann mit der Transformation so einen Schatten reinmachen, damit es ein bisschen echter aussieht. Ansonsten wirkt das sehr künstlich. Also wenn man ein Button im Bild hat, wie jetzt an den Originalbild, da war ja auch ein Schatten, ein bisschen anderer Winkel. Aber wenn man so einen Schatten mit im Bild hat, dann sollte man den im Effekt auch wieder nachbilden. Und ich denke, das ist eine relativ einfache Technik. Man braucht nicht viele Schritte, man braucht nicht viele Werkzeuge, man braucht nicht viel machen, aber man kommt relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Ja, wir haben jetzt diesen schönen Effekt kennengelernt, der relativ einfach umzusetzen ist. Damit kann man wirklich viel rumprobieren. Natürlich kann man bei der Auswahl noch ein bisschen ausarbeiten, so dass das besser ist. Man kann das auch viele Fotos einsetzen. Wenn man Schatten hat, muss man die natürlich mit beachten. Aber ich denke, es ist ein einfacher Effekt, den man oft mal einsetzen kann, um seine Bilder ein bisschen aufzupappen. Da kann man ein bisschen kreativ werden, auch ein bisschen knackiger bei den Farben, ein bisschen mehr Sättigung reingeben und so. Ich denke, da entstehen ganz coole Sachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Klickt auf Abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Video. und bis zum nächsten Video.